Hallo, guten Morgen Herr Doktor. Wie geht's dir? Gott sei Dank, gut. Ich brauche Ihre Hilfe Doktor. Nein, nein, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. Jetzt Silvester kommen, ein paar Tage Silvester. Und meine Frau, meine Frau wollen Schwiegermutter bringen. Schwiegermutter soll kommen und feiern mit uns. Und Herr Doktor, wenn diese Frau kommen, mein ganzes Jahr kaputt, glaube mir, zehn Jahre kaputt, wenn diese Frau sehen. Kannst du mir, Doktor, Papier geben, dass ich Corona haben? Nur Silvester, zwei Tage, ich schmeiße, 1. Januar, ich schmeiße weg diese Papier. Ja, Bescheinigung. Warum nichts gehen, Doktor? Ich zahle kein Problem. 100 Euro zahle, kein Problem. 500 Euro zahle, kein Problem. Nur Bescheinigung, bitte, Doktor. Geht nichts in Deutschland. Warum diese Deutschland so kompliziert? Warum alles nichts gehen? In meine Heimat, Doktor, kaufen Doktor Diploma, Arzt Diploma kaufen. Augen operieren mit diesem Diploma. Nieren rausmachen mit diesem Diploma. Leute sterben, aber egal. Hauptsache arbeiten. Und in Deutschland nichts gehen. Immer Probleme, Doktor. Warum Deutsche so kompliziert? Warum? Und dann sagen Deutsche, Ausländer müssen integrieren, integrieren, integrieren. Warum integrieren? Ihr müsst auch integrieren. Über die Version. Ich habe das. Vielen Dank.